Hey Leute, heute läuft das ein kurzes Video, heute werde ich einen Schlüssel kaufen und mir etwas hier rausziehen und ich hoffe, natürlich nicht auf das Beste, aber ja, es wird natürlich sehr schwierig und wir können es ja mal ausprobieren, wir kaufen einen Schlüssel, ich habe ein bisschen Geld bei Steam verdient, weil ich ein bisschen Sachen verkauft habe, autorisieren, so, okay, dann haben wir den Key. Ja, und dann können wir den Schlüssel jetzt benutzen, ich bin gespannt, ich hoffe natürlich auf das, aber es wird natürlich schwierig, das sieht auch geil aus, schauen wir alle Sachen an, ja, das ist so, es sieht geil aus, aber ja, das ist so, ja, das ist glaube ich das Dümmste, das sieht auch noch geil aus, finde ich, aber das, äh, nee, das, äh, das finde ich auch nicht so schlecht, finde ich, äh, das sieht auch ziemlich geil aus, das sieht natürlich auch sehr geil aus, das auch, sehr geil, es ist eigentlich alles sehr geil, dieses, äh, dieses Schlangenmuster habe ich schon für meinen Taku, äh, Taku, ja, für meinen, äh, East, äh, X-Table, genau. Sieht aber alles sehr nice aus, das wäre natürlich auch geil, so, äh, neues Auto. Ja, wir ziehen einfach mal, Schlüssel benutzen. Schlüssel benutzen, ja. Okay, los. Komm schon. Nein. Ein, zwei, 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 und dann, äh, Mann. Noch ein, zwei, zwei, und dann, äh, Mann. Das war knapp. Das war sehr knapp. Aber ist, ist auch, ist nicht schlecht, nein, ist gar überhaupt nicht schlecht. Gut, äh, das war's eigentlich schon. So sieht mein Auto jetzt aus, ich könnte den Hut noch ein bisschen, äh, messen. So, ja, sieht nicht schlecht aus. Bin zufrieden. Also dann, bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao.